Nachdem ja der US-amerikanische Notenbankpräsident Ben Bernanke die Märkte am gestrigen Nachmittag zunächst enttäuschte, weil er eben kein neues QE3-Programm Quantitative Easing, also eine wesentliche Lockerung der Geldpolitik, angekündigt hatte, kamen dann im Laufe des Börsentages an der Wall Street gute Unternehmenszahlen, vor allen Dingen von Coca-Cola und von Goldman Sachs. Und dadurch drehte der Dow Jones-Index zum Schluss der Sitzung nochmal im Plus, schloss dann mit einem Zugewinn von 0,6 Prozent. Und diese Aufwärtsbewegung vollzog der DAX am heutigen Morgen zunächst erst einmal nach. 0,3 Prozent notierte er im grünen Bereich bei 6.594 Zählern erkämpft, also erneut mit der Marke von 6.600 Punkten. Viele Privatanleger hier an der Börse Stuttgart scheinen allerdings der Meinung zu sein, dass er die nicht so ohne weiteres wird knacken können. Denn hier kauft man doch jetzt eher auf ganz kurze Sicht Put-Optionsscheine und Short-Zertifikate. Das zieht den Eurberg Sentiment Index jetzt nach unten auf ungefähr minus 20, minus 30 Punkte. Wir können uns aber auch mit Einzelwerten beschäftigen und zwar vor allen Dingen mit den Sportartikelherstellern. Puma wird angesichts eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr dieses Jahres die Umsatz- und Gewinnprognosen nicht halten können. Es ist quasi eine Gewinnwarnung, die herausgegeben wurde. Und darunter leidet heute natürlich die Aktie mit einem deutlichen Abschlag von 5 Prozent aktuell auf 214,35 Euro. Und auch Adidas wird in Mitleidenschaft gezogen. Um 0,9 Prozent geht es nach unten auf 57,70 Euro. Und das ist insgesamt schon eine Überraschung, dass Puma jetzt schlechtere Zahlen vorgelegt hat. Denn eigentlich gibt es ja in diesem Jahr für die Sportartikelhersteller viel zu feiern. So glaubte man zumindest aufgrund der Fußball-Europameisterschaft und aufgrund der anstehenden Olympischen Spiele in London erwartete man sich hier entsprechend positive Impulse. Aber die sind dann doch nicht in diesem Maße eingetreten, wie erhofft zumindest nicht bei Puma. Wir müssen uns nochmal auf den Bankensektor stürzen. Denn die Credit Suisse hat überraschenderweise das Ergebnis fürs zweite Quartal vorgelegt. Und dort gab es ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen. 788 Millionen Schweizer Franken reingewinnen gab es nach 768 Millionen im vergangenen Jahr. Aber dann kam es. Verschiedene Maßnahmen sollen nämlich ergriffen werden zur Kapitalstärkung der Credit Suisse. Es soll das Eigenkapital um 15,3 Milliarden Schweizer Franken aufgestockt werden. Außerdem will man noch kräftiger sparen, die Kosten stärker als bisher geplant senken. Und all dies zusammengenommen soll zu 80 Prozent nicht verwässernd wirken. Und das zieht jetzt die Credit Suisse-Aktie um 6,1 Prozent nach oben. Deutsche Bank-Aktien können allerdings nicht profitieren. Commerzbank und Deutsche Bank liegen leicht im Minus. Und das zieht jetzt die Credit Suisse-Aktie um 6,1 Prozent nach oben.